Servus Frank, was fährst du für ein schönes Autole? Grüß Gott! Ein BMW i3 vom Autohaus Rhein in Würzburg, den habe ich mir heute mal ausgeliehen. Also kein i8, sondern ein i3? Nein, i3. Aber sieht gut aus, ne? Das neue Modell, also das mit dem größeren Akku und einem Range Extender. Okay, das heißt, der Akku reicht dann wie weit? 400 Kilometer oder mehr? 300 Kilometer der Akku und dann nochmal 150 mit dem Range Extender. Ah ja, deswegen. Okay, da gibt es jetzt sozusagen einen Nachbrenner, einen elektrischen Nachbrenner, ne? Also ich bin jetzt heute schon über 100 Kilometer gefahren und habe noch 70 Kilometer Reserve. Klasse. Lass uns doch mal kurz innen reinschauen, dass wir uns vielleicht einmal, also es ist schön ausgestattet natürlich mit Lederausstattung, ne? Ziemlich gute Bodenfreiheit. Ist klar, weil du hast keine Mittelkonsole mit dem Schaltgriff. Ja, genau. Klasse. Also da muss man sich dran gewöhnen, dass da so viel Platz ist. Also man sitzt gut. Das ist verhältnismäßig groß für die Räumig. Ach, jetzt sehe ich gar nicht, die Türen gehen ja ganz anders auf, ne? Ja, ja, die Türen gehen so auf. Ja. Also man muss ja mal feststellen, wenn da einer nicht reinkommt, ne? Mit meiner Größe, da ist er selber schuld. Das ist nur ein Problem in der Garage, bringst du die Türen nicht auf. Ja, okay. Das stimmt auch wieder. Hat alles ein Vor- und Nachbrenner, ne? Jetzt interessiert uns natürlich immer der Motor. Äh, der Motor, sag ich schon, Entschuldigung. Den hab ich ja nicht gefunden. Den hast du nicht gefunden? Das sind schöne Felgen und schöne Scheibenbremsen dahinter. Du hast den Motor nicht gefunden? Nein. Vorne oder hinten? Also ich hab hinten geschaut. Ja, ist nix. Aber außer dem Ausbuch vom Rennschicksteller hab ich nix gesehen. Echt? Das ist ja Garantiefall, ne? Ja, das ist ja alles so verbaut. Verkleidungen und solche. Okay, das heißt also, das ist so klassisch, Motorhau mal auf und nachgucken. Ist nix mehr, ne? Das heißt, die ganzen Bauteile sind irgendwo im Auto verstreut. Ja, und gut. Der Elektromotor ist halt direkt über der Hinterachse platziert. Ja, der Heckantrieb ist ein typischer BMW halt. Muskeöl nachfüllen und sonstige, keine Batterie. Außer. Außer Wischwasser, ne? Äh, Wasser. Das weiß, wo es ist. Ja. Noch nicht? Gut. Ich hab ja in einer halben Stunde zu liegen wieder abgelegt. Also komm, dann schauen wir mal kurz, schauen wir uns mal von der Rückseite aus. Kofferraum. Gut. Er ist ziemlich hoch vom Kofferraum her, ne? Aber es hat seinen Vorteil beim Einladen, ne? Ach so, weil die Batterien sind drin, ne? Ne, die Batterien sind am Unterboden. Aber bei dem ist jetzt auch noch so, der hat da unten drunter den Motor für den, also diesen Reichweitenverlängerer. Ah ja, genau. Du siehst aber auch nix. Außer... Ja, das Teile, die haben wir Männer noch nie gesehen in unserem Leben. Okay. Und vorne kann man trotzdem aufmachen, aber man sieht nix, ne? Ja, aber da ist das Fach drin, wo die Ladekabel sind. Okay. Also dann erzähl uns mal wenigstens, wie dir das Fahrverhalten gefällt. Du bist jetzt den Zoo eh gefahren oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ja. Also mir macht das Fahren halt in dem Sinn Spaß, weil man halt keine Schaltunterbrechung hat, du hast keine Geräusche, du hast keine... und was man bei dem BMW besonders gefällt ist, wenn du vom Gas gehst, dann bremst der so stark, also der rekuperiert, dass du kaum ein Bremspedal brauchst, wenn du ein bisschen vorausschauend fährst. Das ist... Ich denke mal, dass der BMW natürlich auch sehr gut verarbeitet ist innen drinnen, ne? Also es hat mich erstaunt, wenn man über eine Buckelpiste fährt, wie gut gedämmt das Ding ist und wie gut es gefedert ist, also ich bin wirklich erstaunt. Also BMW spricht für elektrisch fahren auf hohem Niveau auf jeden Fall, ne? Ja, mein gut, das Auto kostet ein bisschen was, dann müssen sie ein bisschen was verbaut haben, also das muss schon qualitativ gut sein. Alles klar. Also da steht BMW E3, ne? Also du bist zufrieden? Ich bin zufrieden, ne? Wer elektrisch fahren will und ein bisschen was im Geldbeutel hat, fährt nicht verkehrt mit BMW, ne? Also ich habe jetzt nicht gefragt, was es sich neu kostet, aber... Was macht Mercedes aktuell? Die haben auch ihre E-Line, glaube ich, ne? Gibt es auch was? Ich habe aber noch kein Auto gesehen, wo ich immer so strobe fahren kann. Wir hacken immer beim Herrn Igelhaut mal nach. Können wir machen. Da tue ich mal nachhacken. Ja. Den Herrn Hirsch kann ich gleich mal fragen, wann sie eins haben und ob wir es mal proben fahren dürfen. Da habe ich gesehen, dass beim Spindler haben sie jetzt eine Ladensäule vorne hingemacht. Ja. Dann kommen vielleicht auch ein paar E-Autos, die sie hinstellen, wo man mal fahren kann. Ja. Also wir machen das mal beim Herrn Igelhaut mal mit Elektrofahrzeugen. Wir werden das mal ansprechen, ne? Der neue Smart kommt jetzt. Ja. Im Februar 2017, glaube ich. Und die B-Klasse gibt es als Elektrofahrzeug. Als Elektrofahrzeug. Ich habe es zumindest auf dem Prospekt gesehen, ne? Und dann, also auch den neuen Smart bin ich auch noch gespannt. Ja. Den gibt es dann auch wieder mit Kaufakku, also nicht nur mit Miete, sondern kann man auch kaufen. Was interessant ist, Frank, wir stehen gerade hinter der Preisangabensäule für das Benzin. Da steht nichts von E drauf, ne? Von Strom. Das heißt, das Ding kann man ignorieren, ne? In Zukunft. Das ignorieren wir jetzt mal. Ja, genau. Ah ja, und da steht das schöne I3, ne? Genau. Okay. Also dann würde ich vorschlagen, du fährst los. Wir filmen dich beim Losfahren. Okay. Und danke. Es war jetzt eine ganz spontane Aktion. Der Frank hat angerufen, ob ich kurz Zeit habe. Du bringst ihn wieder zurück und ich film dich beim Losfahren. Einverstanden? Okay. Also Frank, bist demnächst bei mir laut. Okay, also. Okay. Ja, man hört ja jetzt gar nichts, ne? Nein, eigentlich. Kein Anlasser, kein nichts, ne? Der hat einen Fußgängerwandton. Ja, dann mach das mal. Als Kuh getarnt oder als... Wenn man drin sitzt, hört man es eigentlich nicht. Ja. Aber vorhin, ich habe unter Mittag mal eine Frau mitgenommen und die hat gesagt, das Auto hört sich komisch an. Ja. Also da gibt es ja wahrscheinlich auch so bellende Hunde, so alles mögliche. Weiß ich nicht. Wir werden es rausfinden. Also. Gute Fahrt. Ja. Danke. Gute Fahrt.